Dass ich da die 3000 EP kriege hier, und wenn ich meinen dritten Container habe, und dann ist gut. Oh, was Schnurpsen tut da rein? Irgendwelche Nüsse? Chips. Äh, Salzstangen. Salzstangen. Schon die ganze Zeit. Oha. Ich bin noch nicht drin. Ne, jetzt haben wir zu viele Kreuze, noch zu wenig Ideen. Bitte? Wir haben jetzt zu viele Kreuze, aber zu wenige DDs. Zweimal Baltimore. Alter, wir haben siebener DD. Super. Hätten wir ja wenigstens noch einen mehr kriegen können. Ja. Dann haben die auch noch Radar, ey. Dreimal Radar. Gegen einmal. Stimmt, die Moskau noch. So, wir sind voll im Kackteam. Ja. So, ich habe 20,7 Reichweite. Ich kann hier stehen bleiben und meine Laser geschütze. Pschuh. Pschuh. Also da die meisten bei uns, auf jeden Fall auf der linken Seite. Ne, Quatsch. Geil. Die Taschkrin hat keinen Smoke. Ja, dafür Torpedo Reload. Ja, muss ich sagen, bin ich aber auch am Anfang mit meiner. Ja, aber das ist jetzt nachteilhaft. Ja, jetzt. Ja. Ich bin irgendwie froh, dass ich hier keine Flagge eingebaut habe, so richtig, ne? Kommst du mit Richtung AB? Mach mal bei der Zielsystem rein, das Aiming, ne? Hm. Das bringt richtig viel. Okay. Weil ich habe keine Flagge bei mir drin, ne? Zum Notfall, wenn ich mal mit CV spiele, nehme ich mal der Flagge mit, ne? Ja. Weil sonst habe ich die bis jetzt noch nie gebraucht. Okay. Und wenn ja, verstecke ich mich neben einer Montana oder vor einer Gruppe, da kann ich den CV nicht angreifen. Yamato, ne Richel. Dann kann ich ihn angreifen wegen Berg. Berg ist sehr effektiv. Da ist ne Sau. Ich könnte Yamato schon angreifen. Oh, ich bin entdeckt. Ja, aber wenn ich jetzt auf die Sau schieße, die dreht eh schon wieder weg. Also brauchst du nicht ziehen. Ich bin entdeckt. Aber auf die Yamato kann ich gleich mal hingehen, ja. Oh, die steht ja. Wo fährt denn die jetzt hin? Fährt ich vor, was oder wie weit? Keine Ahnung. Deswegen krieg ich so nach. Ja, toll. Geht die zu. So ein Riesen-Pott. Da. Na, alles das. Fährt die? Die Yamato, Schmäh, die steht immer noch. Wieso konnte ich die da nicht treffen? Hm. Oder die fährt wirklich ganz langsam vorwärts. Jetzt hab ich sie getroffen. Hat die jetzt hier ihr Spiel abgekackt? Das müssen wir erstmal in Nordlern, ja. Diese Logik. Ich trinke die nicht, ne? Ach, das ist gegen die Montana gefahren. Die Montana befindet sich aber auch kein Stück, ne? Ne. Aber das ist der Grund, warum du dir dort nicht wirklich so richtig triffst. Yamato hat auf mich geschossen. Zieh vor mir einen Berg. Ich trinke die Ich trinke die Ich trinke die Junge, wie genau kommen die Schüsse gerade? Ja, ey, mich hat jeder Schuss getroffen. Wow, ich habe sechs Treffer und erstmal 12k Damage. Ja, unser 7er DD ist schonmal tot. Oh, er hat gecappt. Alles gut. So, ich musste oben drehen, ich habe meinen Motor und meinen Ruder, glaube ich, verloren. Ja, komme ich noch in der Runde Schadens zu machen. Weil die fahren alle ganz schön weit hinten vom Gegner, ne? Ja, die müssen ja nicht mehr, die müssen ja bloß ihre DDs verschicken. Ich drehe jetzt aber hier schon wieder ein, also ich mache mal Richtung C. Ja, ich komme mit. Dann haben die noch so viel Radar, das ist auch noch so ein scheiß Vorteil bei denen, ne? Wie kann unser Matchmaker uns auch noch ein DD weniger gehen bei so einer Lage, oder? Ich verstehe es, aber nicht. Oh, vorne, was kommt hier da? Ich komme ja nicht mehr dazu, Damage zu machen, weil entweder nichts in Reichweite ist, ne? Ja. Oder alles wegkriegt und es am Berg ist. Ach, das ist das Gleichweite, das Flieger habe ich ja auch noch. Jo. Oh, jetzt dreht die natürlich weg. Oh, wie kratzt mich das an, ey. Ich sage, im Hinbau keine richtige Ballermaschine wären. Bist du gleich da? Weil auf mich sieht eine Ballermaschine, glaube ich. Aber irgendwas deckt mich auf. Ach, die Ballermas ist vorne. Da kann man seinen OP reinmachen. Ja, habe ich, aber ich komme nicht mehr zum Schießen, klar. Yes! Und sie brennt. Was ist hier denn noch? Die Moskwa. Ey, ich bin zu. Wie kann mich hier jemand treffen? Keine Ahnung. Vielleicht mal kein Shang in der Baltimore. Timor. Darf ich auch mal zugehen? Jeder kann unsichtbar schießen. Bis auf ich, ne? Das ist auch ein Scherz. Ich mach nur ab, gerade in der Baltimore. Die trifft mich die ganze Zeit mit AP. Volle Kanne, ne? Warum kann ich nicht lenken? Guck mal, alles kann unsichtbar schießen. Bis auf ich. Äh, ist ja nicht nur das. Und wenn du triffst, machst du keinen Schaden. Hm. 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 Ja, wir haben beide D-D-D's verloren. Oh, wie schnell die auch zugehen. Schießt du auf die eine Ball, Timor? Ne, ich kann da nicht hinschießen. Ich schieße gerade auf die Container geschossen. Weil ich vorgeraht Richtung D jetzt wisse. Ach, dann die Boating. Nein. Ja, mir geht das auf den Satz, dass ich nur offen bin, aber der Gegner nie. Alter, wie viel Scham macht Moskva-HE, bitteschön. Das ist doch auch ein bisschen übertrieben, oder? Hm. Hm. Das ist nicht mehr. So, was soll ich nie die ganze Zeit machen? Ich bin die ganze Zeit unter Beschuss. Deminio ist auch schon tot. So soll er sich nicht anstellen, oder? Ach, du, ne, Ball-Timo kann gleich zu dir kommen, ne? Hm. Hm. Ich hab eher erstmal die Richelieu jetzt hier unter. Die Zeit drin. Alter, diese Ball-Timo da. Dass sie mich die ganze Zeit sehen kann, oder? Ja. Ja. Das wird der SAP der Yamaha sozusagen schnell, oder? Scheiße, ne Montana kommt gleich, glaube ich, um die Ecke, oder? Habt ihr da? Ne, kommt das nur ein Stück hinter. Ja. Okay. Okay. Oh, kriegt denn die Baltimore nicht? Typische Duell Die hat doch selber scheiße gespielt, muss ich doch zugeben, sonst wäre die ja nicht so früh tot, oder? Ja Nein! Wollte einen von Yamato abfangen. Aber jetzt ist es auch so geschafft. So, ich konnte nichts mehr machen. Richtig. Da kommt schon 80k. Oh man, noch ein Ticker, ich hätte 80k Damage. Oh Mann ey, und sind die Damage? Das ist nur ein Team. Mal schauen, wo die Mindo ist. So. Die Mindo hat ja ganz hell drum gemeckert, ne? Hm. Ach nee, ich wollte mal, genau. Wollte mal kurz was gucken. Selbst mit deinem Hinbock mache ich mehr Geld als mit deinem Bissuri? Hm.